Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit den üblichen Verdächtigen, wie andere Verdächtige immer zusammenpflegen. Ich bin dabei, wir sind am Start. Hallo Minions, Wodan und Spielekaisel. Hallo, guten Tag. So, wie war's? Wir haben Schilder, wir haben Schilder, Schilder, ja. Die Bürger von Schilder. Stein. Oh, das sieht echt gut aus. Muss ich ja sagen, kannst du nicht sagen, ne? Das sieht gut aus, muss ich ja sagen, kannst du nicht sagen. Also wirklich, sieht gut aus. Der ist schon schön. Wir brauchen noch drei mehr Schmieden übrigens, damit wir weiterkommen, was diese komische Eisenverstärkung angeht, denn das dauert tausend Jahre. Noch Schmieden, noch mehr. Schmieden. Schmieden. Wo wir brauchen die Fischer? Übertrieben, Schmieden. Das ist nicht übertrieben, Schmieden? Ja, dann baue ich jetzt noch ein paar Foundations und erweite mal einfach die Plattform da oben drauf. So, ich muss mal reparieren. Könntest du hier machen, ja? Ja, dann können wir mich mehr darum. Du willst noch einen Brunnen bauen, hab ich gehört. Ich baue einen Brunnen, richtig, ja. Das ist eine gute Sache. Ach nee, dafür brauchen wir auch Eisenverstärkung, glaube ich. Warte, oder? Ach, Holz brauchen wir noch. Ja, 42 Eisenverstärkungen. Ich hab erst drei. Wir brauchen so eine Holzkiste. Ist aber eine Kohle drin, ist Holz verbrannt oder was? Oder ist da unten noch Holz? Aua, aua. Wischen. Jetzt hab ich nur eine Steinpicke. Oh Mann. So, mal eine richtige machen. Ja, wow. Zack. Mach mal richtig, ich stehe. Also Eisen, Eisendinger brauchen ja ewig, ne? Die Eisenverstärkung, ja. Aber du kannst trotzdem abbrechen, was sollt. Was solltet? Ähm. 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 Eisen machen, Eisen machen, egal. Ähm. Jetzt geht's an. Achso, ich hab ja auch noch schon Mauern gebaut. Geht weiter. Sehr gut. Unfassbare elf Stück. Wer hätte es gedacht. Ölf? Ähm. 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 Wie kommt das so durch? Was habt ihr denn Fleisch noch mal gemacht? Ähm. Okay, ölf. Habt ihr die notiert? Die kommt immer. Die ist so da, die. Echt? Ölf. War schon mal, ich war schon immer der Elfte. Der Elfte. Der Elfte Mann. Wieso kann ich eigentlich den Horn nicht blasen? Verlegen, interagieren. Tja. Tja. Ich konnte noch nie den Horn blasen, aber vielleicht hatte es doch Vorteile, wenn ich die nicht blasen kann. Ähm. Längst du jetzt ab? Hier. War nicht schlecht. So, ich kann noch eine Gist machen. Sehr gut. Nee, kriege ich nicht. Eisenverstärkung. Bum, bum, bum. Ja. Die dauern. Das ist scheiße, ja. Brauchst du mehr Platz als das, was ich jetzt gebaut habe. Sag mal, wo bist du? Da. Wow. Nee, das dürfte reichen. Warte mal. Was kostet mich eine Schmiede? Uns? Ey, wenn ich würde nur noch einen dran setzen, wenn du sagst. Oh, ich könnte jetzt weh machen. Rückzug. Was? Nee, nicht da dran. Noch eine, eine Reihe dran. Plattformtechnisch. Eine Reihe noch dran. Ey, Kaiser, hast du da gerade Eisenbahnen rausgenommen? Ja. Das ist nicht gut, weil dann wird das der Stahlofen. Da wird Stahl gemacht. Und Eisenbahnen können wir keinen Stahl in den Kampferdchen. Das wäre cool, wenn du das wieder änderst. Noch eine Reihe dran, ich frage. Ah, mich, mich. Mach bitte noch eine Reihe dran fertig. Danke mir. Du bist der Beste. Können wir Heidränke machen? Haben wir denn noch Stahl irgendwo? Da oben, ne? Stahl ist irgendwo? Eisen? Wie viel Eisenverstärkung. Leider, ähm, tatsächlich sind hier noch 100. Wie viel brauchst du? Das sind drei. Ja, die Schmiede hier rechts ist leer. Oh ja, okay, warte. Dass wir eine Eisenverstärkung machen könnten. Mach noch eine extra Schmiede. Ich mach zwei. Oh, hier sind wir auch jetzt für Eisenbahnen. Ja, ist doch gut. Na, wo ist das da drin? Okay, ja. Ich finde es schon ganz gut mit dem Hochstellen von dem Crash. Ja, und wir haben ja trotzdem Probleme. So ist es ja nicht. Bügiger. So, jetzt brauchen wir wieder. Jetzt brauchen wir. Jetzt brauchen wir. Jetzt brauchen wir jetzt. Ne, die läuft ja alle durch. Jetzt brauchen wir Sklaven, die uns hier helfen, die Sachen günstig zu machen. So sieht es aus. Wir brauchen Sklaven. Ich hab dir nicht gedacht, dass ich mal sage, aber... Ich hab dir nicht gedacht, dass ich mal sage, aber... Ich hab dir nicht gedacht, dass ich mal sage, aber... Also, so kannst du auch nicht über die, so. Was? Was? Bitte? Findest du? Hallo? Ich kann darüber nicht mit dir die kennen. Ich könnte die doch, aber warum nicht? Was hast du vor? So. Schade, dass man nicht, dass man nicht das Gras abmähen kann. Man. Ab, man. Mit der Sense. Guck mal hinter dir. Oh, yeah. Das ist jetzt die... Und ich dir, Achtung. Soll ich noch eine Stufe hier hochmachen? Äh, eine Treppe? Hallo? Komm mal her, zu mir. Hallo? Hallo? Ja, mach mal. Komm mal nochmal ein Stück weit her. Man, ich kann da einen Sturz nach oben. Du sollst einfach nur gehen. Geh weg. Du sollst einfach nur gehen. Was meint der denn jetzt? Geht einfach weg. Komm nur ab hier. Da wird Ape auf dem Sturz sein. Füttere mir die mal ein bisschen was. So. Mach voll die Hütten. Aber wir haben kein Eisen mehr. Wir brauchen mehr Eisen. Ja, geh. Ja? Du bist oben. Wollen wir schon mal. Geh hinten an der Wand, ja? Am kurzen wäre die ganze Reihe lang. Oh. Einfach treppen so quer. Jo. Eben mal rum. Das ist doch geil. Dann kann ich hier so einen Ofen bauen. Ey, das ist doch mal. Du siehst du? Das ist doch mal eine richtig feine Sache hier. Dann kann ich hier unten die Olle Werkbank auch abbauen. Take it all. Telling. Bam. Bam, bam, bam. Alles weg. Wie geht das nicht? So kann ich hier nicht dran setzen. Warum soll die mal andersrum dran gesetzt werden? Weil. Foundation fehlt, würde ich sagen. Naja. So. Läuft. Hä? Ach. Wollen wir hier oben noch einen Ofen hinsetzen? Oder? Ja. Wollen wir. Cool. Will ich auch sagen. Öfen. Öfen? Hast du schon einen gebaut? Was sind die Steine? Ich habe noch keinen gebaut. Wollen wir mal. Was kosten denn? 540 Steine. Jo. Haben wir hier oben in dem Ofen drin? Du. Nehmen wir aus dem Ofen raus. Steine Kiste ist leer. Vielleicht sollten wir vielleicht noch zwei machen. Und dann im Haus abbauen, damit wir hier außen einfach nur die. Das ist eine gute Idee, würde ich sagen. Den im Ofen. Ich baue den hier drin ab. Do you want to take it all? The loose game is so small. Wie seid ihr, Victory? Na gut. Jetzt kann ich mal laufen. Das war klar. Ich kriege die Treppe noch nicht ran, komischerweise. Oh Gott, ich bin so schwer. Äh, was machen wir jetzt? Shit. FDH. Äh, ablegen. Mann. Das ist nicht YouTube. Okay, ich hole mal neue Ressourcen. Fuck. Was brauchst du denn? Ich habe hier noch ein bisschen Stein. Nee, nee, Stein. Ich habe die komplette Kiste Stein weggemacht. Das ist einfach. Ich habe einfach die, ich habe verdrängt, dass man auch den Mausrad auch mal drehen kann, damit man die Stufe richtig rumgelegt. Ich dachte, er schnappt da ein, aber. Schnappt, schnappt da, schnappt da nicht. Oh, durstig. Nee, schnappt da, schnappt da nicht. Ich pumpe. Geht weg, ich pumpe. Ich habe zwar meinen Schlauch dabei. Ich pumpe. Ich pumpe. Pumpe auf die Gym. Pumpe da. Das ist so schlecht, dass ich mehr YouTube. Pumpe da. Pumpe. Schau dir bitte. Aua. Ja. Jetzt habe ich ein Ohrwurm. Die guten alten 90er. Oh ja. Ich bin mittendrin jetzt hier. Aua. Gems to take every money on the overnight. Make my day. Wo ist denn die Holzkiste? Hier steht Holz, aber hier ist keine Holzkiste. Oh super, ja. Hatte ich. Two Unlimited. Hatte ich. Ja, ja, ich auch. Das war meine erste CD damals. Ja, genau, genau. Das war so schlecht im Arena. Nein, aber das ist halt. Das waren die 90er, ne? So ist das. Diese Eurodance, ne? Oh Gott. Ja, 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 stimmt. So hieß das. So hieß das. So war die. Aber schlecht finde ich nicht. Doch. Musikalischer kein Highlight, aber schlecht ist alles. Die 90er hatten nichts zu bieten außer Races. Vanilla Ice. Oh boy. Und ne Wana. Richtig, ja. Vanilla Ice. Wer macht denn hier Stein rein? Ihr seid echt so ein paar blöde Pennern. Was? Ähm, ich muss... Mann, Mann, ey. Ich brauche nochmal Stein. Ja. Wir brauchen Stein. Wir brauchen... Für noch einen Rufen. Für noch einen Rufen, ja. Öfen. Da muss ich erstmal rauslegen. Ah, da ist jemand. Okay. Alles gut. Hier nicht noch? Wann mal, wie viel brauche ich? Äh, was ist das gewesen jetzt? Äh. Aber ich lege heutzutage immer nochmal gerne die Modern Talking Kassette ein und freue mich drüber. Das ist mir klar, dass das bei dir so ist. Okay, das schneiden wir raus. Schön in doppelter Geschwindigkeit. Okay, das schneide ich raus. Das ist echt nicht so hart. Piep. Okay. Carrying too much. Komm, lass mich den Laufen jetzt hier. Geht nicht, okay. Ich bin hier echt schlecht. Ich will spielen. Ich will sich. Starte, was? Spiel. Aufen. So, das geht doch. Die Richtung stimmt, würde ich sagen. Die Richtung stimmt. Ausrufe Zeichen. Ich habe hier noch einen Rufen. Ach, noch einen. Ich habe auch noch einen. Ja, super. Wir machen einfach so viele wie jeden. Die Ofenstadt. Ich habe jetzt meine Ausdauer mal extrem hoch. Ich habe 18 Punkte oder sowas gehabt. Die habe ich jetzt alle mal hier in Tragen eingesetzt. Das ist auch nicht schlecht, ja. So, Ziegel brennen durch. Oh, hier müsste man die Rocky-Musik reinmachen. So viel Treppen, Mann. Super. Was machen wir hier unten? Hier machen wir nur Kistenhände, oder was? Und jeweils ein Schildchen dran. Da mache ich noch Treppen vorne dran. Dann haben wir so unsere... Ja, 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 genau, ja, genau. So machen wir das, genau. Da müssen wir hier irgendwie... Opfertechnisch müssen wir dann irgendwie... Opfertechnisch? Och, boah. Oh, boah. Müssen wir noch irgendwie... Was basteln hier? Hier sind schon wieder Steine. Wer macht... Das war kein so. Ich habe ihn beobachtet. Ich habe ihn beobachtet. Hier wird Glas gemacht. Ach, dafür ist jeder. Wofür braucht man denn Glas? Habt ihr festgestellt, dass ihr... Ich habe hier zufällig Kristall in den Ofen gemacht. Wahrscheinlich. Was hat er gesagt? Glas eignet sich aufgrund der Zerbrechlichkeit in erster Linie für. Mehr steht nicht hier nicht. In erster Linie für was denn jetzt? Biergläser. Info. In erster Linie für ihre Häuser mit Glas. Ornamenten zu schützen. Ah, zu schmecken. Das Glas ist jetzt schon von Elementen. Nach außen. Na ja, okay, ist scheiße. Nur Schwachsinn. Aber gut, wir nehmen den zum Weg jetzt. Jackie? Den... Nee, das ist der Stahlofen. Oder... Ah, okay, super. Gut. Ich kann ihn... Nö, ich kann ihn noch leer machen. Nö, ich dachte nur wegen, äh... Erweitern. Ah, okay, mach ihn leer. Er ist leer. Ich baue ihn ab. Oh, der war leck. So. Ey. Ey, nicht intergehen. Lass mich zerlegen. Okay, I'm carrying too much. Ofen ist weg. Machen wir in der nächsten Folge mal einen Ausflug? Ja, gerne. Ja, bitte. Muss. Das ist irgendwie was anderes. Kann nicht mehr. Ja, wie scheiße, du. Mit Stahl? Dann fehlt uns noch das Level, oder? Was habe ich jetzt für ein Level? 28 noch zwei Level, dann ist der nächste Stuff. Wir müssen definitiv leveln jetzt. Looten und leveln. Und looten und leveln. Initiativ. Legislativ. Ach, geil. Ja, genau so sieht's aus. Jetzt hat jemand gefragt, warum wir denn überhaupt nach oben bauen. Ja, um da oben. Da kommen wir doch leichter rüber. Aber jetzt hat's jetzt. Gas setzt sich unten ab. Aber wir es können. Vielleicht. Nach unten geht halt nicht. Hast du noch einen Ofen, Speiser? Wie die Spalter? Äh, nee. Hab ich schon gesetzt hier. Ach, da ist er. Hä? Doch, der steht schon da oben. Nein. Gleich, Kaiser, hast du noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Unfassbar. Wir brauchen noch einen Stahlofen eigentlich. Aber was klären wir denn? Das klären wir später. Dann mache ich hier raus, einfach jetzt die Stahl. Die sieht aber schon schön aus von oben. Ich meine, die Hütte, die so angefangen ist, könnte größer sein. Die ist angefangen. Du verstehst es schon. Sieht aus wie der erste Walmart. Du musst auch wieder rinschlagen, Wohlan, ne? So, echt. Kommen sie näher. Ich habe hier frisch gemacht. Oh, oh, oh. Immer diese Toren zwischendurch. Klar. Und wenn ein Witz kommt. Oh ja, Glenn, wir brauchen hier noch so Trommeln. Okay. Bei A gibt es so eine. Man gibt es hier bestimmt auch. Ah, stimmt. Wieso macht man hier? Achso, stimmt. Okay, alles gut. Nein. Okay, läuft. Ich muss hier, wo du dich jetzt... Ich muss hier mal durchgucken. Okay, 21. Für die Bierlagerung oben. 9. Hier verschwinden Sachen. 50. 80. Warte, hab ich dann oben, ey, verdammt. 40 herstellen. Danke. Ich bin bereit, wir können abhauen. 14 Minuten. Yes. Das können wir anfangen jetzt wenigstens. Nicht? Wollt ihr wenigstens mal meinen schönen Übergang hier oben auf die Berge anschauen? Ich finde ihn ja wohl wunderbar. Selbstverständlich, ihr wisst. Ich spack noch mal ein bisschen was drauf an. Geil, das finde ich geil. Warte. Geil. Geil. Komm, jetzt, wir haben jetzt einen Übergang. Jetzt sind wir die bisschen jetzt. Like that. Ähm, ähm, nein. Ah, nein. Hier ist ja nur noch Holz drin, ne? Hier, ich hab noch Holz. Ich hab ganz viel Holz. Ne, ne, ist alles gut. Übergang und... Das war eine Steine auch. Ich meinte nicht Holz, ich meinte Steine. Steine und Holz. Und die Rinder bräuchte ich jetzt mal an. Wow, take it all. Ich hab nämlich gut Rinder. Können wir jetzt Dörfer plündern und rauben? Ja, wir können den Brand schatten. Das ist super. Ich hab noch kein Schild. Hat jemand noch ein Schild? Ne, aber... Kann hier, glaube ich, kein Eisenschild? Ist hier, glaube ich, noch drin. Das dauert, das dauert wieder. Eisentage, Holz und Eisenbahn. Du kannst noch meins haben. Ich bin eh. Du kannst mein Schild haben. Geil. Er ist OP. Mit Logo drauf. Klar. Wo bist du? Du bist du es. Du bist du es. Pflegen. Danke. Eingraviert. Bei Fleischhabe. Good stuff, bye. Dann gucken wir jetzt mal hier. Eine Workbench. Schöne Äste. Schöne Äste. So. Schwefel, Stahlbahn und Ast. Ast, Ast, Schwefel, Schwefel, Ast, Ast. Können wir jetzt Menschen schlachten, ja? Geht das? Schnell noch Feuerfeiern? Oh Mann, wir kommen hier nie weg. Ich seh's schon. Okay. Fahr einmal. Ich hab gesagt, nächste Folge. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Jetzt können wir noch fertig craften. Nächste Folge ist dann der Ausfluss auf den Spann. Wunder für die Zuschauer, wenn sie noch mal Progress sehen. Progress? Ich finde, wir sind nicht schlecht. Ich finde, wir sind nicht schlecht. Ich finde, wir sind nicht schlecht. Wir bauen hier dritte schön aus, aber die Scheißmauer ist immer noch offen. Ja, ich mach jetzt sogar. Die Schnauze voll. Holz. Wo dann? Du hast manchmal so Abhacker oder die sind nur bei mir so? Ja, ich bin auch schon fallen. Nee, ich hab auch gehört. Dann bin ich bewusst. Achso, ich wollte ja einen Ofen machen, aber der Ofen, ihr quatscht ein Brunnen, aber der geht nur mit Eisenverstärkung und da war ja der Hamster wieder. Der humpelnde, problematische Bär. Hamster Bär. Bär Bär. Am hinken ist. Es ist schade. Es ist schade, dass die Scheiße so lange dauert. Selbst mit vier Schmücken ist scheiße, nur scheiße hier. So. Mauer. Wie sieht sie aus? Mauer. Ich bin sehr spannend, was Pfeiler jetzt angeht. Türen. Gut. Kick mal an hier. Kick mal an. Na, kann man mit leben. Batch. Kommt rüber, ich bin ein schwarzer Träum. Und der nächste Punkt ist, ich hier drüber war. Und zwei Wochen später. Cool. Da war es ja wieder weg. Jo. Da ist er wieder krisch. Ja, ja. Kann ich. Hallo? Hey, Tür. Uff. Was wollte ich jetzt noch machen? Bist du da runtergesprungen? Warum machst du sowas? Guck mal, jetzt unser Inno war nicht mal schön, nicht mehr so gestreut. Sag mal, ist das dein persönlicher Palast da drüben, Herr Fleisch? Hör mal. Nein. Ist das eigentlich die Ahnung? Ja. Ja. Soll. Er wollte sich hier hinhalten, aber die... Wollte es nicht. Doch. Die wollten nicht. Scheiße, doch. Oh, hier geht es aber hoch. Was machst du da drin? Guck nur. Guck nur, was du hier anpflanzt. Da sind so Pflanzen drin, die ich nicht verstehe. Karras. Sehr cool. Gucken. Ja. Geekst du weiter? Geekmopper. Jetzt bin ich gespannt. Achtung, rennt der Pfeil. Da ist der Defendant da. Sollen wir mal gucken, ob das ein König ist in der nächsten Folge. Der rennt ja nicht. Den König, der Defendant, ja. Der auf dem Berg stand. Können wir doch irgendwie die Sachen unten aus dem, was man schon gecrafted hat, rauswerfen. Warte, ist das nicht mit Rechtsklick? In die Reise, wenn ich mir gucke. Ah, cool. Mit O. Ah, doppel, doppel Rechtsklick. Damit geht es raus. Ja, also mit O. Nein, die Sachen rauswerfen. Das, was man schon gecrafted hat, das ist nicht unten auftaucht. Mit O. Oh, leck mich doch immer. Schneller! Bin bereit. Gehen wir hin? Gibst du eine Karte? Ich gebe eine Karte. Ich bin dafür, dass wir uns das angucken, was der Vlaser mal schon in den letzten Folgen gezeigt hat. Ach, diesen Drachentempel. Die Schicht. Oh ja. Nice. Geil. Wir werden sterben. Wir müssen es immer kurz angucken. Können wir doch nicht irgendwie Heiltränke machen oder so? Nee, ne? Doch. Nee, eigentlich schon, oder? War gar nicht notwendig, denn wir sind Profis. Ich weiß nicht. Man kann Heiltränke machen aus Aloe Vera. Ich hab auch... Ich weiß nicht, ob das ein Heiltränk ist. Es ist ja eine Witze. Ich hab die Aloe-Extracht. Steht garantiert irgendwo unter euren Kommentaren wieder. Ja, stand doch. Und es schreien gerade wieder Leute im Bildschirm an. Beißen in Fassatoren. Doch. Die Mäuse fliegen umher. Aloe-Extracht. Ich musste hier irgendwo noch... Ihr blöden Penner. Was? Reden nur noch mit mir selber. Mama, Mama, Mama. Kinder weinen. Die anderen has ich nicht. Die anderen has ich nicht. Die anderen has ich nicht. Weil Fleischhörm jetzt gerade durchdreht, könnte er auch direkt mal absagen. Herzlichen Dank für Zuschauer, meine Damen und Herren. Wir haben ja eine Vergnügung, diese Folge präsentieren zu dürfen. Covid schaltet wieder ein, wenn ihr mich sehen wollt. Leute, ansonsten gibt's auch andere... Das ist das gut sein. Tschüss. To the world, tschüss. Tschüss. Oh je.